Wieso? Ich weiß nicht. Jetzt rüsst du dich hier auf Kassel. Wie mehr? Ich weiß nicht. Jetzt rüsst du dich hier auf Kassel. Wie mehr? Nichts? Das ist der Räusch. Jawohl. Genau. Hast du Angst, weil es so dunkel ist? Ja, ich habe. Uns war ja recht, dass es kurzwüstig ist. Deswegen grinst du auch. So glücklich habe ich es noch nie gesehen. Lieber Peter, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Wollen wir singen? Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Peter. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Jawohl, ich kann nicht klatschen. Es war jetzt alle bereit. Nein, alle bereit, weil es sind zwar Mädels. Es sind aber jetzt schon Mädels, aber die weniger Sänger sind. Ich glaube nicht. Ich habe es gehört. Wir dürfen uns aber nicht mehr Sänger. Ja, Sänger und Mädels. Ja. So, lieber Peter. Ich mache das später auch. Ja, wie du möchtest. Viel Spaß dabei. Und dann? Schau mal, was du für die liebe Torte gemacht hast. Das ist ja Wahnsinn. Mit dem stärksten Mann aus Wien. Ja. Na, ich freue mich schon heute. Ihr könnt euch wohl nicht aufressen. Nein, das habe ich nicht mehr gesagt. Anessen. Anessen, genau. Anessen und los trinken. Sicherlich sind jetzt alle eingeladen. Dankeschön, Peter. Alles Gute. Das war nicht. Das ist natürlich von... Nein, das ist von Freire. Das ist von Freire. Das ist von Freire. Ich weiß schon. Das ist von Freire.